Ist dir weh getan? Nee. Hast dir weh getan? Bist aber gescheitert, he? Scheiße. Socke ausziehen und barfuß gehen. Schönes Wetter, Sonnenkind. Los, mach einen Hippie. Jetzt mach meinen Schuh waschen. Ich drehe ein Video. Nur, dass du Bescheid wirst. Die alten Waschweiber von früher. Scheibenweiber. Waren das die guten aus Polen? Die gehen doch bestimmt allein auseinander. Ich möchte dir mal sagen, dass die Kühe da reingeschissen und gepickelt haben. Da haben Kühe und Kühe und Bullen reingepullert und gekackt. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal, guck noch mal so. Haben sie nie. Doch. Haben sie nie. Die haben nur auf der Wiese gekackt im Geburt. Die kommen gar nicht runter. Ich habe ein Video. Und wenn es regnet, dann geht die ganze Kacke hier runter. Und läuft hier breit. Riech mal, warum bricht das Wasser so? Riech mal an deinem... Bist du das Wahnsinns? Hier, Stinkesocken. Bist du ja nicht den Schlamm abmachen? Ja, dann kannst du ja mal an deinem Schuh riechen, wie das riecht. Zieh mal ein Gesicht. Das reicht.